Let's Play Nintendo 64 Folge 203 Mit einem weiteren Lizenzspiel, nachdem wir uns Tarzan zuletzt angeschaut haben, geht es mit den Looney Tunes weiter, denn wir spielen das PAL-exklusive TAS Express. Gibt es auch nicht so oft, dass Spiele nur in Europa erscheinen und im Rest der Welt eben nicht. Und ja, so passiert mit TAS Express, dass im Jahr 2000, im August 2000, um genau zu sein, bei uns in Europa, dann den Weg in die Händlerregale fand. Ich mache jetzt einfach mal Start. Ihr seht, ist auf Deutsch gehalten, zumindest der Text. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel Sprachausgabe hat. So, wir spielen einfach mal ein neues Spiel. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze so aussieht. So, She Devil war es leid, dass TAS den ganzen Tag zu Hause rumhing. Also besorgte sie ihm einen Job. Als Botenjunge. Okay. Also wir haben eine Karte. Eine Levelkarte, wie zu guten alten Super Nintendo Zeiten. So, und TAS muss Pakete ausliefern. Es ist quasi eine Art Paperboy. Nein, Quatsch. TAS als Hinterwälzler. Okay. Level 1, Abschnitt 1. So, liefere dein Paket ab. Suche im Zweifelsfall ein Schild. Ihr seht, wir haben eine relativ eigenwillige Kameraansicht. Zumindest für N64-Verhältnisse. Denn damals waren das ja meistens dreidimensionale Spiele. Finde den Ausgang, aber lasst die Kiste nicht zurück. Hier gibt es eine Menge zu entdecken. Finde es heraus. Aber dass Spiele von oben so dargestellt wurden, das gab es nicht oft. Ich muss jetzt mal kurz gucken, was TAS so alles kann. Also springen kann ich. Pakete aufheben kann ich. Die Früchte nützen mir gerade irgendwie noch nichts. Ich kann zumindest diese Symbole hier einsammeln. Und dann muss ich mal gucken, wo ich das Paket abliefere. Vielleicht hier. Nein. Nein. Ich stelle es mal ab. Also ich habe das Spiel nie so richtig viel gespielt. Ich fand es damals schon relativ seltsam und langweilig, wenn ich ehrlich bin. So, ich kann zumindest die Früchte einsammeln, indem ich da auch B drücke. Dann kann ich die fressen. Kam von Z2, glaube ich, hieß das Studio, die auch Vatrix entwickelt hatten. Kennt ihr vielleicht, da kommen wir noch zu. Das ist ein recht cooles Puzzle-Spiel. Gab es damals auf der Dreamcast und auf dem N64. Und die haben dann eben TAS Express entwickelt. Haben damit auch umgeprallt, wie innovativ das Ganze ist. Und haben das Ganze... Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Haben das Ganze zuerst... Jetzt kann ich hier die ganze Welt zerpflügen. Auf dem Nintendo 64 in Europa veröffentlicht. Und haben dann aber, bevor sie es auch in den USA in den Start bringen wollten, gemerkt, oh, das Feedback zum Spiel ist aber gar nicht so cool. Denn das Spiel ist relativ durchwachsend bewertet worden damals. Sodass sie sich eben dann doch dagegen entschieden haben, das zu veröffentlichen. Und so blieb dann eben TAS ein Exklusivtitel in Europa. Das Witzige ist, dass ich hier die Umgebung gerade komplett zerlegen kann. Das liegt daran, dass TAS Express die Vatrix-Engine nutzt. Und wer Vatrix einmal gespielt hat, der wird sich hier erinnern, dass man dort auch so das Terrain so ein bisschen verändern konnte. Opa, das ist hier nicht viel anders. Jetzt ist er hier gerade untergegangen. Man merke, TAS kann nicht schwimmen. Auch das ist gut zu wissen. So, jetzt gucken wir mal, was hier auf dem Schild steht. Wie das funktioniert, kannst du dir bestimmt selbst denken. Was denn funktioniert? Muss ich da drauf springen? Ja. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich da den Stein hinstellen. Junge. So. Okay. Und das transportiert mich jetzt irgendwie durch das gesamte Level. Warum auch immer. Na gut. So. Jetzt ist hier ein nächstes Schild. Die Kiste. Hier ist eine Zeit lang sicher. Diese Platte wird die Kiste schützen. Okay. Leider habe ich keine Kiste. Ich habe die hinten irgendwo abgestellt. Und weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich... Oh Gott. Wie ich mich drehe. Und wieder untergegangen. Leute, irgendwie finde ich dieses Spiel immer noch fürchterlich. Ich habe es damals schon, wie gesagt, kurz mal angespielt. Als ich es mir in die Sammlung geholt habe. Weil ich mich eigentlich über ein 3D-Japon Run mit TAS gefreut habe. Zumal es ein richtig, richtig gutes 3D-Japon Run auf dem GameCube gibt. Auch mit TAS, was ich damals sehr gefeiert habe. Und ich habe TAS Express dann danach gespielt, nachdem ich eben TAS auf dem GameCube gezockt habe. Und habe mir gedacht, hey, vielleicht ist es ja der Vorgegen, vielleicht ist der genauso gut. Aber das war leider nicht so. Okay. Um das zu tun, um diesen Wirbel hier zu starten, muss TAS Anlauf nehmen. Gut zu wissen. Dann kann er hier... Oh, schon wieder Ei untergegangen. Also Kulisungsbefrage ist nicht die beste. Aber ich habe hier doch irgendwo die Kiste hingestellt. Vielleicht kann ich die jetzt nehmen und ans Ziel transportieren. Es sind drei Kisten unten, die mir angezeigt werden. Warum auch immer. So, vielleicht muss ich jetzt hier gucken, dass ich die Kiste weitertransportiert bekomme. Wo auch immer ich die hinstellen muss. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Das ist aber jetzt nicht das Ziel, dass ich die jetzt hierhin stelle. Ja, da passiert nichts. Hätte ja sein können. Wir sind immerhin im Looney Tunes Universum, dass die Tür irgendwie aufgeht und sich eine die Kiste schnappt. Aber nein. Ist nicht so. Ja, ist klar. Ich habe kein Schimmer, was ich hier tun muss. Und wie ihr sicherlich merkt. Okay. Ich bin einfach in die Tür reingegangen. So viel zu Looney Tunes Universum. Level komplett. Ich habe kein Schimmer, was hier das Ziel war. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ich habe zumindest ein Paket dabei gehabt. Bringe deine Kiste zum Berggipfel. Aber nimm dich vor Biki in Acht. Damit er sie nicht stiehlt. Okay, ich habe immer noch die Kiste. Und wir sind im zweiten Level. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme in diesem Video. Denn das hier ist schon komplett und das ist Neuland für mich. Und auch hier, ne? Dieses Schalter. Okay. Kiste kaputt. Was ist das für eine Feder? Also irgendwie erklärt mir das Spiel zu wenig. Ich weiß, wir werden heute schon bevormundet mit den ganzen Tutorials. Aber so ein paar mehr Infos wären ganz nice gewesen. Vielleicht ist das Biki, vor dem ich mich in Acht nehmen müsste. Ich laufe mal weiter. Wobei, glaube ich, ein Fehler war, die Kiste da jetzt stehen zu lassen. Ich versuche den mal mit einem Wirbelsturm hier wegzuboxen. Funktioniert nicht. Welcher springt einfach drüber. Und ist nicht mehr betäubt. So, die Kiste ist jetzt neben mir aufgetaucht. Und sieht noch schlimmer aus als vorhin. Ich denke mal, das ist so eine Art Energie. Ich habe drei Kisten. Was so eine Art drei Versuche ist, wahrscheinlich das Paket zu transportieren. Und wenn ich diese Kiste verliere, weil ich getroffen werde, oder, oder, nimmt die Schaden. Und wenn die zu mitgenommen ist, dann ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. So, also könnte ich mir vorstellen. Wir laufen mal weiter. Stellen wir mal ab, lesen mal, was hier auf dem Schild steht. Manchmal ändert sich die Umgebung durch einen Sprung auf einen Schalter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Aha, ich habe das Paket hochgeworfen und hatte dann eben Zeit, auf den Schalter zu treten. Als ob Tess das nicht mit dem Paket hätte machen können. Ich weiß nicht. Ich halte mir fest, dass das ein Spiel ist, das sicherlich die wenigsten brauchen werden. Beziehungsweise auch spielen wollen werden. Da würde ich eher sagen, im Direktvergleich spielt Tatsachen, was wir uns zuletzt angeschaut haben. Das macht irgendwie mehr Spaß als Tess Express. Was auch die Wertungen damals wiedergegeben haben. Es hat ja einen Grund, dass das Ganze nur in Europa veröffentlicht wurde. Und eben nicht in den USA oder in Japan. Wobei ja Tess als Looney Tune Charakter in den USA wahrscheinlich ein deutlich höheren bekanntes Grad hatte als hierzulande. Aber gut, es ist wie es ist. So, da ist Biki, das ist dieses blöde Ding. So, was auch immer jetzt der Schalter bewirkt hat. Ich habe das Paket auf jeden Fall wieder gefangen. Laufen wir weiter. Irgendwas hat sich sicherlich verändert. Was auch immer das gewesen ist. Also, ich laufe hier gerade im Kreis und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Aber zumindest verändern sich die Level ein bisschen. Das ist schon ganz cool. Ganz cool, wollte ich sagen. Okay. Ich glaube, er hat mein Paket geschnappt. Ne, das ist da oben. Lol. Wie soll ich das dir jetzt bitte nehmen? Ah, okay. Kann ich das nicht? Ah, wartet mal. Ich habe doch da hinten irgendwo einen... Hatte ich da hinten nicht irgendwo einen Stein gesehen oder so? Ich habe jetzt das Paket hin... Allein gelassen. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht gefressen wird. Oder geklaut wird. Aber ich finde den Stein noch nicht. Ihr Lieben, das ist Test Express. Ich glaube, weiter brauche ich das nicht spielen. Es ist leider kein sonderlich gutes Spiel. Ich glaube, das habt ihr alle gerade gesehen und gemerkt. Ich weiß auch nicht mehr, wo der Stein liegen soll, den ich brauche, um den Schalter da hinten zu betätigen. Aber ist jetzt auch egal. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Ich denke, ich bleibe dabei. Ich persönlich muss das Spiel nicht spielen. Und ich glaube, ihr verpasst auch... Da ist der. Ihr verpasst auch nichts, wenn ihr... Wie soll ich denn da hochkommen? Okay. Das erste Paket ist hinüber. Oh Gott, ich muss komplett an den Start gehen, um das andere zu holen. Nee, das mache ich nicht. Genug ist genug. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ach, jetzt habe ich es genommen. Ah, toll. Okay. Also. Zumindest liegt das jetzt hier auf dem Schalter. Und ich kann jetzt komplett runterlaufen und das nächste Päckchen holen. Und damit ist mein zweiter Versuch gerade, dann dieses Level zu meistern. Mich würde interessieren, wie immer. Habt ihr TES Express damals auf dem N64 gespielt? Vielleicht gibt es hier irgendwen, der das Spiel total gefeiert hat damals und sagt, Anni, du hast hier ein Spiel, was total genial ist. Dann gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich wette mal einfach drauf los und sage, dass die wenigsten von euch dieses Spiel damals gekannt haben. Weil es relativ spät im N64-Zeitalter erschien. Und darüber hinaus nicht allzu gut ist, sodass es heutzutage wahrscheinlich zu den eher selteneren und vor allem vergessenen Titeln gehört. Das war es an dieser Stelle aber erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr hier reingeschaut habt. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann geht es hier in der Videoreihe weiter mit Tetris 4. Und darauf freue ich mich sehr, denn ich finde Tetris 4 eins der interessantesten Spiele auf der Konsole. Also, bis dahin, macht's gut. Adios, tschüss, euer Andi.